Hi, ich bin Rade Gregers von X-Bet-Tipps. In der vergangenen Woche habe ich bereits meine zwei X-Bet-Systems vorgestellt. Das sind Sportwetten-Strategien basierend auf Statistiken. Die habe ich alle zusammen in einem Blogger-Bet-Account erfasst und getrackt. Das ist der hier, 2x-Bet.blogger-Bet.com Und ich hatte anfangs hier sechs oder sieben verschiedene Strategien, also hier sechs, die ich nach Einsätzen unterschieden habe, weil sonst gab es hier keine Möglichkeit, das zu kategorisieren. Also jede Wettart hat einen festen Einsatz und so habe ich bis 17.07. getestet, was denn funktioniert. Und da hat sich schnell herausgestellt, dass hier vor allem diese Wetten mit drei von zehn Einheiten, das waren both teams to score no, und fünf von zehn Einheiten, das waren Double Chance, nicht funktioniert haben. Die habe ich dann rausgeschmissen und an den anderen Systemen, eine Einheit ist unentschieden, zwei Einheiten ist 2,5. Und ja, diese acht von zehn, das war eine einmalige Sache auf einen Auswärtssieg. An den habe ich dann weiter gefeilt und nochmal gerechnet. Und dann habe ich ja hier in dieser Testphase, da habe ich keinen einzigen Pick öffentlich gemacht. Normalerweise resettet man dann den Blogger-Bett-Account, um halt nicht gleich mit minus 80 Einheiten zu starten. Aber ich habe ja nicht gewusst, dass die zweite Version der X-Bett-Tipps dann so erfolgreich sein würde. Ich habe das dann seit 18.07. gestartet mit der neuen Version, bei der ich hauptsächlich auf Under 2,5 und Unentschieden gesetzt habe dann. Und das war bisher sehr, sehr erfolgreich. Genau heute haben wir nämlich plus 100 in dieser Zeit seit dem Relaunch. In 377 Wetten entspricht einem Yield von 14%. Ich habe es gesagt, natürlich ist hier jede Wettart eine eigene Einheitsgröße. Und das verfälscht natürlich hier dieses Ergebnis vom Profit. Aber der Yield ist trotzdem einigermaßen gleich, weil das gleicht sich in den Berechnungen dann aus. Wir können das auch mal bereinigen, indem wir hier sagen, auf die Unentschieden haben wir 23 Einheiten plus gemacht, das stimmt. Auf die Under 2,5 haben wir 65 Einheiten plus, geteilt durch 2 ist 32,5. Die anderen, die 3 von 10 spielen keine Rolle. Die 4 von 10 haben wir eine Einheit minus, geteilt durch 4 ist 0,25. Und bei den 7ern haben wir 12 Einheiten plus, geteilt durch 7 ist ungefähr 1,5. Kommen wir auf 56 Einheiten, wenn man immer nur eine Einheit auf eine dieser Wetten gesetzt hätte. Jetzt sagen manche in der Tat, sie können mit Einheiten nichts anfangen, sie kennen nur Dollar oder Euro. Na gut, wenn deine Einheit 1 Euro ist, dann hast du halt 56 Euro Gewinn gemacht. Wenn deine Einheit 10 Euro ist, hättest du in der Zeit 560,75 Euro Gewinn gemacht. Wenn deine Einheit jetzt 25 Euro ist, wären es schon 1.418. Und wenn deine Einheit 50 Euro sind, 2.837 Euro Gewinn und so weiter. Also das kann man mit jedem Betrag natürlich so berechnen. Deswegen spreche ich immer von Einheiten und nicht von irgendwie 5.000 Euro Gewinn, weil das bei jedem ja unterschiedlich ist, wie viel er pro Wette setzt. Ich empfehle jedem immer nur 1 bis 2% seiner Bankroll zu setzen. Wenn man jetzt ein bisschen erfahrener ist, kann man das natürlich selber bestimmen und sagen, ja ich setze mal 5% oder was weiß der nicht. Aber grundsätzlich fährt man immer besser, wenn man seine Bankroll sehr, sehr gut einteilt in kleinere Bruchstücke. In dem Fall 1% der Bankroll. Wenn du 1.000 Euro zur Verfügung hast, setzt du 10 Euro. Wenn du nur 500 Euro zur Verfügung hast, eben 5 Euro pro Wette oder so weiter. Ja, das macht am Anfang nicht viel Spaß. Aber sobald man irgendwann mal zu dem Punkt kommt, dass man mit Sportwetten irgendwie langfristig erfolgreich sein will und genug davon hat, immer sein Geld nur durch Kombi-Wetten rauszupudern oder vielleicht mal zu gewinnen, aber langfristig halt einfach nichts zu reißen, dann sollte man einfach mal so an die Sache rangehen. Ja, jetzt habe ich natürlich in diesem Account seit letzter Woche, als ich das Video gemacht habe, da hatte ich 225 Picks und einen Profit von 59 Einheiten. Das war am 3.8. Wir können jetzt sehen, was seitdem passiert ist. Indem wir hier einfach bei BloggerBet, ich zeige das mal von vorne, so sieht das Dashboard aktueller aus. Wenn man diese Adresse eingibt im Browser, ist für alle ersichtlich. Braucht man sich nicht mal bei BloggerBet anmelden. Dann habe ich insgesamt, seit es die Strategie gibt, hier 652 Picks gemacht. Die Testphase hier am Anfang habe ich gezeigt. Führte zu minus 80 Einheiten. Und seitdem geht es steil bergauf. Und ja, das kann Glück sein, aber er hat natürlich auch so seine Gründe, warum es so bergauf geht. Und dass jetzt hier der Profit bei plus 20 ist, obwohl ich bei minus 80 angefangen habe, finde ich jetzt selber schon sehr gut. Aber wer auf die Seite geht, der sieht halt in erster Linie jetzt mal nur 1% Yield. Damit haust du jetzt keinen von den Socken. Und die 20%. Deswegen sage ich halt immer, man muss schon sehen, was dahinter steckt. Und ja, gut. Ist ja jetzt auch erst seit ein paar Wochen der Relaunch. Normal wartet man halt ein paar Monate ab, um zu sehen, ob das weiterhin nach oben geht. Oder ob sich das dann irgendwann ausgleicht. Ausgleicht oder mal wieder nach unten geht. Kann alles passieren. Fakt ist, dass die letzten 4 Wochen sehr, sehr erfolgreich waren. Und das kann man dann hier unter Pix-Archiv auch nochmal besser sehen. Wenn man dann auch nur seit 3.8., als ich das letzte Video gemacht habe, bis heute 11.8. nimmt, dann waren das in der Zeit hier 155 Pix bei einem Profit von 49 und einem Yield von 16. Vor allem gut eingeschlagen haben in der Zeit die Unentschieden. So dass ich jetzt diese Unentschieden natürlich auch im Telegram-Kanal posten wollen würde. Wenn da Interesse daran besteht. Der Nachteil daran ist, dass dann am Wochenende einfach 50 Wetten gepostet werden. Ich meine, das ist schon extrem viel. Und das ist für den Hobby-Zocker auch überhaupt nicht interessant oder praktikabel. Der pickt sich dann ein, zwei Spiele raus, von denen er selber nach seiner Expertise beurteilen können will. Ja, da ist die Chance besonders hoch. Setzt dann vielleicht zu viel im Verhältnis zu seiner Bankroll und ist dann sauer auf mich, dass halt einer dieser Picks nicht funktioniert. Und ja, alles da gewesen. Ich habe mir da den Mund fußlich geredet und die Finger wund geschrieben, um das irgendwie zu erklären. Aber ja, scheinbar ist in diesem Bereich Sportwetten einfach diese Skeptik unter den Leuten so extrem groß. Ist ja auch okay irgendwo, aber ich zeige hier meinen Blogger-Bett-Account mit Statistiken. Mehr Transparenz geht fast nicht, um hier im Vorfeld zu zeigen und nachweislich bei einer Drittanbieter-Institution das verifizieren zu lassen. Und ja, das machen die wenigsten. Und von daher dachte ich eigentlich, das ist natürlich besonders toll, wenn ich das mache, aber ist natürlich immer irgendjemanden noch zu wenig. Vor allem, wenn es auch noch kostenlos ist und hier noch überhaupt nichts verlangt wird für diese Tipps. Und das Problem ist natürlich, muss man halt auch sehen, wusste ich gar nicht, dass es ein Problem sein könnte, dass hier diese Trefferquote halt relativ schlecht ist bei dieser Gruppe 2XB. Man sieht hier, 48% der Wetten gewonnen. Das heißt, nicht mal jede zweite Wette wird gewonnen. Ja, manche stört das halt. Aber wenn man hier sieht, meine Durchschnittsquote liegt halt bei 2,16. Ich muss auch nicht jede Wette gewinnen oder ich muss jetzt nicht eine 80%ige Trefferquote haben, wie die Noobs, die das immer irgendwie propagieren. Diese Trefferquote ist absolut egal. Mir geht es rein hier um diesen Profit und um den Yield. Denn das zeigt an, ob jemand gut ist, ob jemand erfolgreich ist. Auch wenn diese 1% natürlich jetzt, wie gesagt, verfälscht ist. Aber ich kann das ja anhand anderer Tipps da zeigen. Hier unter Tippsters bei BloggerBet findet man vielleicht die Tippster-Weltrangliste. Und hier habe ich jetzt mal nach Profit geordnet. Das sind die Tippster, die den meisten Profit in Tipps haben. Und ihr seht, der hier verlangt 333 Euro im Monat. Das ist ein deutscher Soccer-Root. Hat er natürlich vielleicht sogar verdient. Sein Yield ist bei 5% auf 18.000 Picks. Dieser Chimin Chibao, 46%, das halte ich irgendwie auch für ein bisschen übertrieben. Aber wir können gerne mal schauen. Der wird jetzt auch nicht die Masse an Wetten gewinnen. Nach dieser Statistik ist er einer der Besten der Welt. Gut, der hat jetzt eine 63% Trefferquote. Okay. Aber wie kriegt er die zustande? Mit 10 von 10, die er immer setzt. Und bei dem ist auch nicht alles Gold, was glänzt. Und viele Live-Wetten. War jetzt natürlich auch nicht das beste Beispiel. Aber schauen wir mal die ersten 2-3 an. Wie deren Trefferquote aussieht. Hier, der. Das ist ein Paradebeispiel. Er ist hier in dieser Liste der Zweitbeste der Welt in Sachen Profit bei BloggerBet. Hat aber nur eine Trefferquote von 26%. Muss ich mehr sagen. Seine Durchschnittsquote ist halt extrem hoch mit 5,9. Und deswegen eine Trefferquote alleine sagt überhaupt nichts aus. Soll ich den jetzt als Idioten, als Loser oder als Betrüger bezeichnen, wenn ich jetzt 10 oder 20 Wetten von dem mitspiele und keinen Gewinn mache, weil er auch noch dann irgendwie nur 25% der Wetten gewinnt. Eine von 4 oder 3 von 10 Wetten gewinnt. Aber im Endeffekt trifft er dann halt mal eine 6er-Quote oder eine 8er-Quote und macht das halt regelmäßig so, weil er irgendein gutes Händchen hat oder ein gewisses System hat. Und ja, dann macht er halt konstant seinen Profit und hat einen sehr guten Yield, aber hat einfach eine schlechte Trefferquote. Gut. Und wie schaut es bei unserem deutschen Top-Tippster aus? Mit 42% auch ein absoluter Loser, der Typ. Würde ich mich schämen an seiner Stelle, warum er das nicht tut. Weil er halt genug Profit damit macht, weil seine Trefferquote scheißegal ist, weil seine Durchschnittsquote an Wetten einfach über 2,0 liegt. Und ja, falls du das nicht gewusst hast, dann hoffe ich, dass du das jetzt vielleicht ein bisschen verstehst. Wenn du es immer noch nicht verstehst, dann weiß ich es echt nicht. Dann weiß ich es nicht. Dann gebe ich es aber auch auf und alle, die es wissen, na gut, dann tut es mir leid, dass ich jetzt eure Zeit damit verschwendet habe. Aber ich habe festgestellt, das muss man einfach auch vielen Leuten so vielleicht nochmal erklären, damit die Leute auch einordnen können, was denn eine gute Wettstrategie ist oder einfach auch nicht und es nicht darauf ankommt, dass man jetzt möglichst viele Wetten gewinnt, sondern dass man halt am Ende des Tages einfach einen Profit macht. Und es kann natürlich mal sein, dass man über 10 Wetten keinen Gewinn macht. Es kann sein, dass man über 20 Wetten Verlust macht. Es kann sein, dass man über 100 Wetten Verlust macht. Aber was sind schon 100 Wetten? Ihr habt gesehen, ich setze hier über 100 Wetten in der Woche. Natürlich ist da mal eine nicht so gute Woche vielleicht dabei. Aber in der Summe passt das alles. Und selbst wenn man jetzt hier nur sich ein paar schlechte Picks vielleicht rauspickt und sich daran aufgeilt, dass ich da ja irgendwo in Estland auf unter 2,5 getippt habe, obwohl jeder doch weiß, dass in Estland immer viele Tore fallen. Und ja, mein Gott, ich pick einfach nur die Spiele, die gewisse Statistiken vereinen, verschiedene Effekte miteinander kombinieren. Und da kommen dann halt auch Spiele raus, bei denen man denken könnte, oh, ein Spiel in Estland, da fallen immer viele Tore. Da sollte man nicht drauf tippen. Ist ja auch okay, wenn dann derjenige nicht drauf tippt. Aber im Endeffekt kann ich jetzt nur meine Strategie so durchziehen, wie ich es entwickelt habe, dass es den maximalen Profit gibt im Rahmen der Möglichkeiten. Und wie gesagt, diese 100 Einheiten sind natürlich aufgrund der verschiedenen Einsätze noch zu bereinigen. Aber ich habe es ja hier gemacht, diese 100 Einheiten. Nein, habe ich noch nicht. Doch hier. Es sind 56 Einheiten bereinigt. Und 56 Einheiten in drei Wochen zu gewinnen. Also zeig mir ein System, das das geschafft hat in den letzten drei, vier Wochen. Und ich zeige dir einen Adler, der fliegen kann. Nämlich hier. Der hat es vielleicht geschafft. Keine Ahnung. Kann man aber auch nachschauen, wie der in dieser Zeit performt hat. Würde mich jetzt interessieren, da der ja eigentlich der Beste in Deutschland ist. Bei Bloggerbett zumindest. Und es gibt natürlich Leute, die Bloggerbett irgendwie schlecht reden wollen. Oder irgendwie selbst das nicht glauben, dass Leute, die hier ihre Tipps im Vorfeld posten. Okay, der spielt hier mit 10 von 10. Das ist schon relativ viel. Und da ein bisschen unrealistisch viel. Aber grundsätzlich muss jeder bei Bloggerbett seine Wetten vorher posten. Und Bloggerbett wertet dann die Spiele. Und von daher, er hat wirklich noch mehr gewonnen als ich. Gratulation. Aber gut. Mir geht es ja überhaupt nicht darum, der Beste zu sein. Es ist mir relativ egal, ob mich jemand als Loser abstempelt. Nein, ist mir nicht egal. Ich würde das sonst nicht machen. Natürlich will ich jedem zeigen, dass das, was ich mache, funktioniert. Aber mir geht es nicht darum, der Beste zu sein. Ich will Gewinn machen. Und ich will auch Leuten helfen, dabei Gewinn zu machen. Und das tue ich hier kostenlos. Und wenn man mich dann irgendwie in die Betrügerecke stellt oder mir unterstellt, ich kacke ab, das ist Bullshit und so. Da bin ich halt dann empfindlich. Aber wer wäre das nicht? Ich weiß nicht. Also ist, glaube ich, verständlich, dass man da einfach ein bisschen auch einen Stolz hat, wenn man hier nachweislich ein profitables System über mehrere Wochen am Laufen hat. Und auch immer sagt, es ist gar nicht gesagt, dass das immer so weitergeht. Das kann immer in die andere Richtung driften. Aber im Moment schaut es eben nicht danach aus. Es läuft gut. Und wenn man einfach diese Zahlen hier stehen hat und dann trotzdem immer irgendwie von Leuten, wo man genau weiß, dass die es einfach nicht verstehen und man es ihnen erklären will, ganz freundlich, ganz mit Daten, Fakten und Argumenten und es dann immer noch nicht verstanden wird. Also da frage ich mich dann echt. Gut, lange Rede, kurzer Sinn. Natürlich gewinne ich nicht alle Wetten. Ich verliere mehr Wetten, als ich gewinne. Aber es ist egal, weil es im Endeffekt darauf ankommt, was man für eine Durchschnittsquote hat und nicht welche Trefferquote man hat. Ja, dann schauen wir mal auf die letzten zehn Wetten zum Beispiel. Da wurden auch sechs verloren und nur vier gewonnen. Aber gut, im Endeffekt auch sogar ein leichtes Minus dabei. Wie ich gesagt habe, mein Gott, dann verliert man halt mal auf zehn Wetten oder auf zwanzig Wetten was, solange man unter dem Strich langfristig erfolgreich ist. Und soviel zu meinem aktuellen Update. Ihr könnt das Ganze kostenlos verfolgen über 2xBet auf BloggerBet oder ihr könnt euch bei einem unserer Wettanbieterpartner anmelden und dort Geld umsetzen, damit wir eine einmalige Provision bekommen. Und dann könnt ihr bis Jahresende kostenlos in unseren Telegram-Kanal. Allerdings ist natürlich immer die Gefahr, dass es nicht so erfolgreich weitergeht, wie es in der Vergangenheit war. Also, ja, ich gebe keine Garantien, aber ich kann nur sagen, was in den letzten Wochen erfolgreich funktioniert hat. Und das ist schon mal mehr, als dir wahrscheinlich 99% der anderen Tipps da draußen überhaupt zeigen können. Eine Bilanz, die nachweislich irgendwo verfolgt werden kann. Gut, dann auf eine erfolgreiche Woche. Unter der Woche ist immer relativ wenig los. Das wisst ihr ja selber, sind weniger Spiele. Aktuell haben wir hier 20 noch ausstehende Spiele. Aktuell sind auch gerade noch zwei am Laufen. Palmeiras und Bahia. Beides auf unentschieden gewettet. Und Botafogo hier auch. Können wir noch schnell schauen. Bei diesen beiden Spielen steht es gerade 2 zu 1. Es wäre cool, wenn noch eine oder vielleicht auch beide Partien in den letzten 10 Minuten hier noch ein Unentschieden draus werden würde. Wenn nicht, mein Gott, dann bricht für mich auch die Welt nicht zusammen. Denn hier setzt man jeweils nur mal eine von insgesamt 100 oder idealerweise 1000 oder Millionen Einheiten, die man in der Hinterhand hat. und ist dann nicht sauer, wenn ein Spiel nicht so läuft oder wenn 10 Spiele nicht so laufen. Weil man hat ja immer die Option, es selber besser zu machen und gar nicht erst auf irgendwelche dahergelaufenen Tipps wie mich zu hören. Das ist ja jedem freigestellt. Und ich verlange nichts von euch, außer die Anmeldung. Aber das ist halt ein Taschengeld. Ich werde für diesen Account früher oder später Geld verlangen, wenn es so weitergeht. Natürlich wäre ich ja blöd. Habt ihr ja gesehen. Er hier, 333 im Monat. Ja, wäre doch ganz nett. Mit dem will ich mich gar nicht vergleichen. Der ist eine Legende anscheinend. Und trotzdem, ja, mache ich das jetzt hier auch nicht zum Spaß, sondern um Gewinn zu machen. Und ich finde, wenn jemand Gewinn macht, dann hat er auch das Geld verdient, wenn er anderen Leuten dazu verhilft, dass er Gewinn macht. Und von daher, ja, gerade eben, weil Kritiker, die alles kostenlos bekommen und dann auch noch irgendwie es nicht zu schätzen wissen, immer kritisieren. Gerade deswegen muss man eigentlich Geld verlangen, wenn man halbwegs was auf sich hält. Denn was nichts kostet, ist nichts wert. So ist es leider. Und hier ist noch nichts passiert. Aber Palmeras rote Karte. Seid ihr gerade live dabei, dann kann man hier... War die vorher auch schon? Ja, die gibt es schon länger. Okay. Dachte, die gab es jetzt gerade. Ist mir nicht aufgefallen. Sonst hätte ich jetzt vielleicht noch auf Barriere oder nochmal auf Unentschieden gesetzt. Aber so. Wäre doch gelacht, wenn die nicht noch den Ausgleich schießen, oder? Ja, und wie gesagt, selbst wenn nicht, immer nur 1% eure Bankroll setzen. Dann seid ihr nicht sauer, wenn ihr mal eine Wette verliert. Und ich meine, ich sage immer, wenn du zu viel, oder wenn du dich aufregst, wenn eine einzige Wette irgendwie so oder so ausgeht und es nicht einordnen kannst, dass es einfach Glück oder Pech oder Varianz ist oder langfristig sich ausgleicht, dann hast du einfach zu viel gesetzt. Oder hast einfach keine richtige Einordnung, wie Wetten funktioniert und solltest es am besten lassen. Gut. Sonst noch was? Dann in die Kommentare. Bis dann. Euer Radek. Okay. Bist dich. 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 Dich.